Intel setzt die Arbeiten an seinen geplanten Chip-Fabriken in Magdeburg und Breslau für etwa zwei Jahre aus. Das teilte Intel-CEO Pat Gelsinger am Montag mit. Die Entscheidung ist Teil einer Strategie, die zu mehr Effizienz und besseren finanziellen Ergebnissen führen soll. Intel hat im zweiten Quartal fast zwei Milliarden US-Dollar Betriebsverlust erlitten. Daraufhin baute der Konzern in den letzten Monaten zahlreiche Stellen ab und zahlt bis auf weiteres keine Dividenden mehr aus, um Geld in der Kasse zu halten. Der Prozess gegen die US-Regierung über eine Aufhebung des gesetzlichen TikTok-Verbots hat begonnen. TikTok wehrt sich damit gegen ein Bundesgesetz, das die App ab Mitte Januar verbietet. TikToks Anwalt argumentierte, dass die US-Regierung nicht nachgewiesen habe, dass TikTok ein Risiko für die nationale Sicherheit darstelle, auch verstoße das Verbotsgesetz gegen die US-Verfassung, etwa gegen den Schutz der freien Meinungsäußerung, sowie gegen das Verbot der Enteignung. Einige Rechtsexperten gehen davon aus, dass das Berufungsgericht bereits im November eine Entscheidung treffen werde. Amazon Web Services, kurz AWS, gibt das OpenSearch-Projekt ab. Es geht an die neu gegründete OpenSearch-Software-Foundation unter dem Dach der Linux-Foundation. Weitere Mitglieder der Foundation sind AWS, SAP und Uber. OpenSearch ist ein Entwicklungszweig von Elasticsearch und Kibana, den AWS im Jahr 2021 ins Leben gerufen hatte. Das Projekt soll nun von der Erfahrung und Expertise der Linux-Foundation profitieren. Amazon-CEO Andy Jesse hat angekündigt, dass die Mitarbeiter ab Januar 2025 wieder fünf Tage die Woche im Büro arbeiten müssen. Ausnahmen seien möglich, wenn Kinder krank seien oder es Notfälle zu Hause gäbe. Zudem soll die Zahl der Manager reduziert werden. So will Andy Jesse die Organisation insgesamt flacher gestalten und schnellere Entscheidungen ermöglichen. Das Saarland plant als erstes Bundesland komplett virtuelle Gerichtsverhandlungen einzuführen. Dieses Vorhaben wird durch ein kürzlich verabschiedetes Bundesgesetz zur Förderung von Videokonferenztechnik möglich. Im Gegensatz zu bisherigen virtuellen Verhandlungen, bei denen Anwälte und Prozessbeteiligte zugeschaltet werden konnten, sollen die Zivilverfahren künftig komplett virtuell stattfinden. Das bedeutet, dass Richter und Verfahrensbeteiligte außerhalb des Gerichtssaals per Bild- und Tonübertragung miteinander verbunden werden können. Die Öffentlichkeit soll durch die Übertragung der Verhandlungen in einem speziell eingerichteten Raum sichergestellt werden. Diese und weitere aktuelle Nachrichten finden Sie ausführlich auf heise.de